Guten Morgen zusammen, liebe Traderinnen und Trader. Ich hoffe, alle hatten ein schönes und entspanntes Wochenende und bei uns oder für uns wird es jetzt Zeit, wieder mal in die Märkte zu schauen. Ich habe es im Research am Sonntag geschrieben. Auf der Uhr steht heute der DAX, Euro, Schweizer Franken und US-Dollar, Kann-Dollar. Das ist der Blick in der Vorbereitung, den jeder auch schon tun konnte mit den Daten oder den Infos aus dem Research am Sonntag. Für all diejenigen, die sonst dieses Video auch immer über GoToWebinar schauen, sorry dafür, es gibt heute Morgen irgendwelche Serverprobleme. Ich komme nicht in die GoToWebinar-Verbindung rein. Von der Seite her bitte ich das Ganze zu entschuldigen. Der Stream läuft normalerweise weiter, also da ist nichts abgebrochen. Ich muss mal mit meinen Kollegen nachschauen, was hier momentan das Problem im GoToWebinar ist. Auf alle Fälle gibt es das Video heute leider nur über den Facebook-Stream. Trotzdem allen einen schönen guten Morgen und auch danke für die guten Morgengröße hier über die Kanäle. Und Fragen natürlich wie immer gern, das heißt, wer einen Wunschmarkt hat, rein in die Chats oder in den Chat für die Sache heute. Und dann kümmere ich mich gerne auch um den ein oder anderen Wunschmarkt. Bevor wir hier jetzt und heute rein starten, gibt es wie immer den richtigen Risikohinweis. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit gehen wir so ein kleines bisschen auf die Tagesnachrichten. Da gibt es aber heute nicht wirklich was zu berichten. Also wir sehen es hier, die Nachrichtenleiste mit den Dreierköpfen, also mit den wichtigsten Nachrichten, ist relativ gering. Wir haben hier um 16 Uhr aus den USA die, was haben wir, Verkäufe bestehender Häuser. Genau so rum ist es. Vorher um 14 und 15 Uhr gibt es Reden von Bundesbankpräsidenten und Bundesbankmitgliedern. Also alles heute ein relativ nachrichtenarmer Tag, zumindest in den großen Nationen, die wir hier haben. Ansonsten wie immer, die bitte auch bei den eigenen Währungen hinschauen, wo Tagesnachrichten sein könnten, die den Kurs in die ein oder andere Richtung hier bewegen können. Das dazu und damit würde ich sagen, können wir direkt in die Charts rüber gehen, heißt an diesem Punkt hier, ja, starten wir mal durch. Wir beginnen mit den Währungen, ich würde sagen Euro, Schweizer, Franken, machen wir mal den Start. Da haben wir es schön im Tageschart, eine schöne Verortung. Ich mache das Bild gleich mal noch groß hier an dieser Stelle, kurzen Augenblick. So, zack, da haben wir es groß. Also, was wir hier an dieser Stelle schön sehen können, ist der Euro, Schweizer, Franken, interessant verortet. Und was erwarten wir an solchen interessanten Verortungen? Natürlich erst einmal eine Gegenreaktion, ganz klar. Und das ist auch das, was wir hier sehen. Wir sehen es, der Markt kam hier von unten am, ja, was haben wir da unten? Jetzt muss ich mal kurz nah rangehen. 1,057, schön nach oben gespiked, deutlich über die 1,9. Und jetzt haben wir, wir sehen es hier von der automatischen Trenderkennung auch schon angezeigt. Diese rot gestrichelte Linie, das ist mit Sicherheit ein Abwärtstrend. Der ist jetzt da, der ist am Freitag, da ist der Markt so ein ganz kleines bisschen drunter gelupft an dieser Stelle. Und da haben wir den Chart sozusagen in die Abwärtsrichtung sozusagen bekommen an dieser Stelle. Aber die Verortung ist mal wieder sehr prägnant. Wir sehen es, wir hatten das Level schon mal hier, als wir den ersten großen Rutsch von Kursen über 1,9 nach unten gesehen hatten. Da ging es ja sehr, sehr dynamisch nach unten weg. Hat den größten Teil dieser ersten starken Aufwärtsbewegung oder dieser letzten starken Aufwärtsbewegung wettgemacht hier. Ja, und die Marke von 1,064 hat hier gehalten. Und da ist der Markt schön nochmal nach oben gesprungen. Allerdings nicht wirklich über dieses Widerstandsniveau hier um die 1,075 drüber weggekommen. Es gab zwar einen Spike oben drüber, der hat auch ordentlich Bewegung nach oben drüber gemacht. Bei 1,0769 war da Schluss in diesem Sinne. Und dann ging es wieder runter an den Support. Das heißt allerdings jetzt nicht, dass wir einfach unten durchfallen. Wenn wir unten durchfallen, ist das allerdings hochinteressant. Gucken wir uns gleich an, weil wir sehen ja hier im Tagesschart ordentliche Marke unten drunter. Das heißt, wenn diese Marke hier nicht hält um die 1,064 und wir deutlich drunter schieben, dann ist der nächste Weg hier offen bei 1,057. Und wenn es dann weggeht, haben wir hier die Bodenbildung. Wir haben es ja gesehen, ich raffe das nochmal kurz ein bisschen näher zusammen hier an dieser Stelle. Falsches Zeichen. Hier, hoppala. Da haben wir es gesehen. Der Markt hat hier unten im Bereich um die 1,05 versuchten Boden zu bilden, ist dem Markt dann auch gelungen. Und dann gab es ja diesen starken Aufschub nach oben. Und wie schon gesagt, wenn diese Marke hier nicht halten um die 1,057, dann ist der nächste Anlaufpunkt mal wieder der Bodenbereich. Also wir haben viel, viel Potenzial zur Unterseite da. Ob der da gleich im Rutsch durchläuft oder nicht, sei erstmal dahingestellt. Wichtig ist, wenn der Bruch kommt, sollte man diese Szenarien auf alle Fälle mal auf der Uhr haben. Und ich meine Leute, wenn man sich selbst mal nur diesen aktuellen Aufwärtstrend anschaut, ich habe heute irgendwie die falsche Klicker hier. Also wenn wir uns nur mal diesen aktuellen Aufwärtstrend anschauen, hier im größeren Bild. Schaut mal, was wir hier haben. Hier unten ist halt einfach erst einmal der Gegentrend gebildet, ganz klar. Aber der große hier ist ja noch da. Das heißt, hier unten ist das letzte Korrekturtief bei 1,057,6. Heißt also, ohne diesen Schwung kaputt zu machen, also ich zeichne es mal ganz kurz ein hier. Was ich damit meine, wäre hier das an diesem Punkt, das größere Bild sozusagen. Das ist ja das, was gerade korrigiert wird. Bis da unten hin können wir laufen, ohne das Große kaputt zu machen. Das ist das, was wir hier schön auch auf der Woche sehen. Hier hat es den Markt nach oben geschwungen. Aber im großen Bild sehen wir hier erst mal in Blau diesen Abwärtstrend. Und wir sehen hier im Schweizer Franken halt auch noch ein wichtiges Level. Schaut mal hier, einmal dieses Level. Breit gefasst, weit gefasst. Aber das ist hier im großen Bild mal noch ein Widerstand. Und der nächstgrößere Widerstand auf der oberen Seite, den haben wir dann hier oben liegen, um die Marke von 1,107. Also da ist nach oben hin auch noch viel, viel Potenzial da, wo wir ran laufen können, ohne das ganz, ganz große Bild auf der Woche. Was ja auch noch abwärts gerichtet ist, rumzudrehen. Also wir haben Chancen momentan in beide Seiten. Da müssen wir einfach noch schauen, was hier jetzt an dieser Stelle passiert. Fürs Kleine wäre es jetzt wirklich interessant, sehen wir hier einen Abprall. Und wir sehen ja, so langsam beginnt es hier unten. Wir haben zwar noch keinen sauberen Aufwärtstrend. Ja, also auch wenn die 15 Minuten hier natürlich schon nach oben trennten. Aber wenn man das mal so sieht, hat man hier den ersten Bewegungsschub nach oben gehabt. Hier an dieser Stelle. Das zweite, was jetzt kommt, wäre hier die Korrektur gewesen. Ja, und dann, wenn es dann da oben drüber läuft, dann haben wir gute Chancen, oben reinzulaufen. Wo wir erstmal wirklich drüber müssen, um hier sauber hochzulaufen, wäre, schaut es euch an, mal gucken, ob wir es hier vom Trend-Tool nahe, das ist ein bisschen zu groß. Schaut mal hier. Hier hatten wir den Abgabedruck. Hier ging es von oben runter in die Korrektur. Das ist alles noch geplänkelt hier. Also wir sind von hier oben gekommen, dann sind wir hier reingelaufen, unten rein, dann ging es hier oben rein. Und das ist da, wo die blaue Linie liegt. Das heißt, wenn wir den Stundentrend tatsächlich oben rauslupfen wollen, dann müssen wir hier, das war die Korrektur, dann kam die Bewegung, wir müssen hier oben drüber, über dieses Level von 1, 06, 7, 5, 5. Wenn wir da tatsächlich drüber fliegen, dann haben wir gute Karten, weiter nach oben zu laufen. Und das sehen wir im Raffer ein bisschen. Und da können wir uns dann nämlich sehr, sehr schön an den Spike-Hochs, beziehungsweise an den Korrektur-Hochs, nennen wir es mal so, orientieren. Das heißt, in der Stunde, wenn wir tatsächlich schön nach oben trenden, hier mit Trenderstellung für die kurzfristigen Trader, ist das natürlich hochinteressant, von der Marke von 1, 06, 5 dann nach oben zu schieben hier, bis zum Zwischenhoch hier um die 1, 06, 7, 7, 5. Das ist kurzfristig sehr, sehr interessant. Wie schon gesagt, mittelfristig, wenn wir dieses Level hier rausnehmen, dann die Marke 1, 08, was haben wir hier, 1, 06, 8, 9. Dann haben wir hier die 1, 07, 2. Und dann haben wir schon den größeren Widerstandsbereich, beziehungsweise hier oben das Zwischenhoch um die 1, 07, 6, 9. Im Euro-Schweizer-Franken. Der Blick in den Tag und die untergeordnete Stunde. Und für diejenigen, die es jetzt noch ganz unten drunter interessiert, was ich gerade angesprochen hatte, mit den kleinsten Zeitanheiten, das schauen wir uns natürlich auch noch mal kurz an. Hier der Weg nach oben, da mache ich mal das Fadenkreuz kurz an. Schaut mal hier, das war die erste Bewegung. Das ist die Korrektur. Hier ist die Korrektur jetzt erst einmal zu Ende, weil wir hier über das wichtige Zwischenhoch drüber gelaufen sind. Und wie schon gesagt, wenn wir hier oben drüber weiter trenden, über die 1, 06, 5, 6 in etwa, dann haben wir hier den blau markierten Aufwärtstrend da. Und der hat kurzfristig dann locker hier die Anlaufmarke. Schaut mal hier, da haben wir einen Zwischenhoch um die 1, 06, 6. Hier haben wir einen Zwischenhoch um die 1, 06, 5. Und dann geht es schon weiter nach oben zu dieser blau markierten Linie, was das wichtige Zwischenhoch gewesen ist. Da ist einiges dran, was man auch im Kleinen mitnehmen kann. Also es bleibt spannend, auch in den kleinen Zeitanheiten. Für jeden ist hier was geboten. So, dann bleiben wir jetzt noch bei den Währungen, und zwar im Währungspaar Euro. Schweizer Franken haben wir durch. US-Dollar, Kandollar. Kurzen Augenblick. Jetzt, da ist er, hier, muss ich erst an die neuen Bezeichnungen im Metatrader hier mit dem Stereo-Trader-Add-on beziehungsweise mit der Stereo-Trader-Software gewöhnen. Hier haben wir den Blick in den Tagesschart vom Canadian-Dollar, also US-Dollar, Kandollar. Im, sage ich mal, im Blog-Eintrag von gestern, habe ich es geschrieben, im Research vom Sonntag. Schaut euch an, was hier passiert. Wir haben hier ein schönes Dreieck, und hier kommt es jetzt wirklich darauf an, was macht der Markt aus diesem Dreieck. Rein von der Verortung her sind wir tatsächlich in einem Abwärtstrend. Ja, wir sehen es hier, der Markt läuft schön von oben nach unten runter. Wir haben eine Aneinanderreihung fallender Hochpunkte und fallender Tiefpunkte. Hier also ganz klar das Bild absolut bärisch zu sehen. Jetzt haben wir hier das Dreieck nach diesem Aufwärtsschub, und Dreiecke in der Verortung eines Abwärtstrends sind in der Regel eher bärisch zu sehen. Das heißt, eher den Weg nach unten zu sehen. Aber, und das ist jetzt so ein kleines bisschen eine Ausnahme, hier an dieser Stelle sehen wir halt, wir sehen dieses Dreieck nach diesem starken Aufwärtsschub nach oben hin verortet. Das heißt, an dieser Stelle haben wir zwei interessante Marke, wo durchaus Bewegung reinkommen kann, weil wir sehen halt jetzt hier an dieser Stelle in den letzten Tagen immer wieder, dass der Markt von unten nach oben aufkauft. Das heißt, es hat im Kleinen wohl auch die Chance, etwas nach oben zu laufen. Läuft es, entschuldigt, läuft es hier nach oben, da kam der Sachse durch, läuft es hier nach oben hin, hier an die Marke von 1,36,8, das ist dieses Hoch hier an dieser Stelle, dann haben wir durchaus die Chance, einen untergeordneten Aufwärtstrend zu bilden, der als nächstes mal hier oben dieses Widerstandslevel, dieses Verkaufslevel um die 1,38,5,6 in Gang bringen kann. Durchaus ein relevantes Verfahren. Was dazu passieren muss, ist natürlich ganz klar. Wir dürfen jetzt nicht nur hier drüber lupfen, weil das schauen wir uns gleich auch an den kleinen Zeiteinheiten an, hier oben dieser Marker, dieser Punkt, den wir hier haben, hier das Hoch von dieser Kerze hier, das ist die Kerze vom 16.06. Das ist für die untergeordneten Trendverläufe schon relevant, weil hier inzwischen hoch ist. Wenn wir das rausnehmen, ist diese untergeordnete Situation rausgenommen und wir haben dort dann einen validen Aufwärtstrend nach oben laufen. Der muss jetzt natürlich erst einmal bestätigt werden. Und das ist das, wenn wir uns das Ganze mal kurz hier auf der Stundenbasis auch mit anschauen wollen. Ich mache es mal kurz hier, raff es mal noch etwas kleiner zusammen. Schaut mal hier an dieser Stelle, das hier war der entsprechende Abwärtstrend und hier genau dort, wo diese Linie ist, das ist der Marker, da müssen wir wirklich drüber. Da ist der Markt das letzte Mal definitiv rumgedreht und diese Marke gilt es wegzunehmen, wenn die nachhaltig rausgenommen wurde. Wir sind ja jetzt schon oben drüber gelaufen und wir dann den Weg weiter nach oben sehen. Dann sehen wir hier, haben wir schön den Markt nach oben trenden und dieser Trend setzt sich fort und der hat dann im Kleinen natürlich die Chance, hier über die Marke von 1.36.86 drauf zu laufen und dann den Aufwärtstrend, den validen Aufwärtstrend, hier in Richtung dieses Ausbruchslevel, um die 1.38.56 rauszunehmen, um das Ganze in der Aufwärtsdynamik reinzugehen. Dadurch ändert sich zwar noch nicht das große Gesamtbild hier an dieser Stelle, das bleibt erstmal weiterhin abwärtsgerichtet, aber wir haben durchaus Chancen, weiter auch nach oben zu laufen. Wer untergeordnet was sucht, schaut mal hier um die Marke von 1.37.3. Da haben wir ein kleines Stauleffel unten raus, wo der letzte dynamische Abwärtsverkauf kommt. Hier könnte es sein, dass ein bisschen Gegenwehr kommt oder auch genau die Gegenseite, das heißt, das sollte man sich hier ein bisschen beachten. Das heißt, das sind so planbare Level, die wir hier von dieser Stelle haben. Aber die Chance, nach oben zu laufen, haben wir definitiv, wenn sich das Bild, was ich gerade in der Stunde beschrieben habe, auch nach oben fortsetzt. Ansonsten, wenn das nach unten abprallt, das heißt, wir nicht oben drüber laufen, dann ist es natürlich auch interessant zu sein, weil wir haben schon hier an dieser Stelle dann die nächsten Anlaufpunkte. Ganz klar ist erst einmal hier dieser Schwungbereich unten um die 1.35, beziehungsweise hier liegen wir ganz knapp drüber um die 1.35.1. Dieser Marker ist mal wichtig da. Und wer das Ganze im Kleinen schauen möchte, da können wir uns wirklich an den Korrekturleveln mit befassen. Das heißt, da sind wir hier unten drunter, unten dran. Da können wir schön ranlaufen, wenn wir hier tatsächlich den Abprall bekommen und wir hier unten unter die 1.35.4.6 drunter laufen. Dann ist dieser Aufwärtstrend hier Geschichte. Der ist da nicht mehr vorhanden. Und dann können wir uns zur Unterseite orientieren. Hier 1.35.2 und 1.35.1 sind die nächsten Anlaufmarker. Und dann haben wir schon den Schwungbereich unten um die runde Marke ganz knapp von 1.35 auf der Uhr. Also die Short-Seite hat durchaus Relevanzen, sollte es sich hier um einen Fake-Ausbruch handeln, weil noch ist dieser Ausbruch nicht bestätigt. Wie ich schon gesagt habe, bestätigt ist er erst, wenn wir hier oben drüber laufen und den kleinen Aufwärtstrend der Stunde hier nach oben mit fortsetzen. Und damit kommen wir zu unserem Leitindex hier an dieser Stelle. Und nochmal gesagt, wer einen Wunschmarkt hat, bitte reinposten, dann kümmere ich mich sehr, sehr gerne drum. So, was haben wir hier im DAX? Ich habe es im Research, habe ich es schon geschrieben. Was wir hier im DAX momentan sehen, ist ein Verhalten, das ist, ich möchte das mal als leicht abwartend bezeichnen. Abwartend, warum? Weil wir hier einfach sehen, ich nehme jetzt nochmal die Maus in die Hand, und hier an dieser Stelle schaut, hier im größeren Bild verortet natürlich der Aufwärtstrend. Das ist das große, übergeordnete Bild, ganz klar. Hier sind wir jetzt aus dem Tief unten raus, um die Marke von knapp 11.600 kam hier der Drehpunkt. Also hier dieser Support-Bereich hat auch gehalten. Da sind wir schön nach oben gelaufen und hier oben bleiben wir auf relativ hohem Niveau. Und was wir hier an dieser Stelle haben, ist halt, sage ich mal, die Unterseite und die Oberseite der Begrenzung. Ich gehe jetzt mal ganz kurz in den Stundenchart rein, weil da kann man das Ganze ein bisschen besser sehen, wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen. Und da sehen wir schon, dass wir hier in einer Trading Range sind. Und diese Trading Range hat ihre Bewandtnis momentan. Und hier kommt es jetzt wirklich darauf an, wie sich der Markt an dieser Stelle weiterentwickelt. Das heißt, an diesem Punkt, wo wir jetzt hier stehen, sehen wir ja, wir sind heute Morgen mit einem Down Gap drunter gelaufen, unter diese wichtigen Begrenzungslinien hier, unter diese Marke von 12.125. sind aber direkt wieder oben reingelaufen. Das heißt, hier, das Bild bleibt ein bisschen volatil um den unteren Boden. Aber wenn wir hier nachhaltige Kurse unter dem Boden bekommen, das heißt, wenn wir hier tatsächlich, ich mache es mal so rein, wenn wir hier tatsächlich diesen Abwärtstrend nach unten bestätigt bekommen, also das heißt, hier stehen wir in ganz kleinen, sind wir ja schon unten drunter durchgelaufen. Dem würde ich jetzt aber in diesem Bild, was wir uns anschauen, jetzt noch nicht genügend oder nicht viel Bedeutung geben. Wichtig wird, zu sehen, was hier passiert, weil wenn wir hier tatsächlich von oben rauslaufen, schaut mal, was man hier dann hat in diesem Moment, dann hat man tatsächlich eine abwärtsgerichtete, kurzfristige Phase, die durchaus zu deutlich weiteren Kursverlusten führen kann. Das heißt, hier an dieser Stelle, ich habe es in der Überschrift ja auch geschrieben, droht dem DAX ein Desaster. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Also mit Desaster meine ich jetzt nicht, dass der gesamte Aufwärtstrend hier kaputt gemacht wird. So schlimm sehe ich das Bild momentan noch nicht. Dazu ist die Lage einfach eine andere. Diese starken Rückgänge haben zum Teil halt auch mit, sage ich mal, Themen zu tun, die einfach in der korrektiven Phase sind. Die Märkte sind in letzter Zeit recht gut gelaufen. Da sieht man halt auch immer mal tiefere Korrekturen. Aber man darf das Ganze natürlich nicht, sage ich mal, auf die leichte Schulter nehmen. Geht es definitiv drunter. Ich raffe es mal etwas weiter zusammen. Dann haben wir hier mal locker Luft bis 11.600 Punkte nach unten hin, die Korrektur voranzutreiben. Also das wird wirklich sehr, sehr interessant. Das heißt, gerade für die kurzfristig orientierten Trader wird es wichtig, was passiert denn hier an diesem Drehpunkt um die Marke von 12.125. Laufen wir da tatsächlich drunter, dann ist die Orientierung relativ schnell gefunden. Das heißt, erst einmal hier unten an diesem Zwischentief um die Marke von etwas unter 12.000 Punkten hier. 11.987 ist das Low hier, was wir gehabt haben. Oder war es das? Wartet mal kurz einen Augenblick. Da haben wir es. 11.000, das Low 11.991 zählt. Also knapp unter 12.000 Punkten. Das wäre interessant. Das wäre dann auch Fortsetzung, wenn wir da drunter laufen, dieses blau markierten Abwärtstrends. Und der kann dann locker nach unten gehen. Wenn wir uns da mal den nächsten Anlaufpunkt anschauen. Wartet mal, ich markiere diese Linien einmal mal grün, damit wir hier sehen, das sind auch Unterstützungsbereiche. Wenn diese 12.000 Punkte Marke tatsächlich fällt, wäre der nächste Anlaufpunkt hier unten im Kleinen erst einmal ganz knapp etwas unter 11.800. Nämlich um die Marke von 11.762 Zählern. Und dann der Support hier unten um die 11.587. Das sind Marke, die wir ganz grob über den Daumen nach unten hin planen können. Heißt also, es bleibt hier sehr, sehr spannend, wie sich der Markt jetzt hier aktuell um die 12.125 Punkte Marke verhält. Laufen wir allerdings oben drüber. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich es schaffen, über diesen kleinen Zwischen, über dieses kleine Zwischenhoch von heute Morgen drüber zu laufen. Ganz knapp die Marke von 12.275 Zählern. Dann haben wir wieder einen kleinen Aufwärtstrend. Und dann sehen wir, der Markt will erst mal so ein bisschen nach oben. Heißt, an dieser Stelle haben wir schon Chancen, auch nach oben weiter zu laufen. Also, alles ist offen. Abprallbereich unten, 12.125 ist die erste Marke auf der Unterseite, die es zu beachten gilt. Auf der Oberseite die 12.275 Punkte Marke. Die sehen wir dort. Und diese beiden Marken haben Relevanz für die kurzfristigen Läufe. Und wenn wir diese kurzfristigen Läufe mal noch näher betrachten wollen und uns das Ganze mal im 5-Minuten-Chart anschauen wollen, dann sehen wir halt, was hier los ist. Wir sehen hier oben, hier können wir das mal kurz noch mit rüberziehen. Ich sage es mal grob, um die 12.275 Punkte Marke hier in etwa 70, 75. Das ist dieser Drehbereich hier. Was haben wir hier? Na ja, 70 bis 75 in diesem Hoch. Da haben wir einen Widerstand. Wenn der rausgenommen wird, haben wir nächste Anlaufpunkte. Und wenn wir diese nächsten Anlaufpunkte einfach mal mit reinnehmen wollen und uns hier oben orientieren, hier an diesen Stellen, schaut mal, hier haben wir kleine Schwungbereiche. Um die 12.366 hier, die 12.378 an dieser Stelle. Und na, komm mit hier, zack, zack, nach oben. Hier oben dieser Bereich um die 12.400 Punkte. Das ist eine Anlaufmarke, die wir nach oben hin zum Zwischenhoch haben bei gut 12.500 Punkten. Und die können wir gut und gerne planen für den Fall einer positiven, deutlichen Dynamik hier zur Wocheneröffnung. Ansonsten, wie ich schon gesagt habe, wenn wir unten drunter fallen, setzt sich das kleine Bild fort. Und wenn wir dieses kleine Bild nach unten weiter sehen wollen und mal in die untergeordneten Zeiteinheiten reinschauen wollen, wo wir Anlaufmarke haben, dann ganz klar von hier unten aus weggezogen. Hier, Moment, dahin. Hier haben wir einen Zwischentief. Das ist auch ein Ausbruchslevel. Das erste, das könnte interessant werden. Und ansonsten der nächste Anlaufpunkt hier mal das Zwischenloch. Unten um die Marke von 12.064. Also auf der Unterseite sollten wir hier unten drunter durchrutschen. Da kann ich das gleich mal noch ein bisschen näher ranziehen hier. Unter dieses Tief, dann wird es interessant, was passiert hier. Das ist die Unterseite der Range. Wenn das weggenommen wird, hier 12.111 Punkte, 12.064 Zähler. Das sind die Marke, die wir als nächste planbare Punkte auf der Unterseite hier im Deutschen Leitindex haben. So, dann schaue ich nochmal kurz in die Fragen rein. Fragen gibt es heute keine. Jo, das heißt, an dieser Stelle würde ich dann mal sagen, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass der Facebook-Stream morgen wieder ergänzt wird durch den GoToWebinar-Stream. Diejenigen, die das Video im Nachgang sehen und sich anmelden wollen für den GoToWebinar-Stream, einfach auf die Website von Tickmill gehen. Ich hole es mal ganz kurz noch rüber. Also, Moment, hier ist Tickmill. Zack, da haben wir es. Also, einfach hier auf die Website von Tickmill draufgehen. Wer den Blog lesen möchte, klickt einfach hier oben auf Blog. Und da steht dann entsprechend auch immer alles drinnen. Hier, das heißt, das letzte, den letzten Eintrag, Tickmill's Research am Sonntag mit der Überschrift, dem DAX droht ein Desaster. Das habe ich ja gerade erklärt, wo das herkommen kann. Einfach draufklicken, das Ganze zu lesen. Und wer das Ganze live morgens über den GoToWebinar-Stream sehen möchte, der geht hier einfach auf Werkzeuge, Webinare und meldet sich entsprechend für die täglichen neuen Handelsideen an. Also, einfach draufklicken, hier entsprechend anmelden, auswählen, ob Sie schon Kunde oder noch nicht Kunde sind. Dann registrieren und damit ist die Sache auch erledigt. Also, auch wenn der Stream manchmal nicht funktioniert oder GoToWebinar ausgelaufen ist, weil wir die Lizenz an dieser Stelle, also die Lizenz ja schon, aber weil wir das Webinar nicht verlängern konnten, sondern ein neues Webinar ins Leben rufen müssen. Da gibt es manchmal ein paar Restriktionen im GoToWebinar. Einfach hier nochmal neu anmelden, dann gibt es den Link drauf und fertig ist die Sache, weil den Stream lassen wir auch immer schön über beide Kanäle laufen. So, das hätten wir auch geklärt und ich sage an dieser Stelle, wie ich schon gesagt, ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Allen einen erfolgreichen Trading-Tag und bis morgen. Tschüss, ich freue mich drauf. Bye-bye. Tschüss, ich freue michgelen. Tschüss, ich freue mich. Vielen Dank.